Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Itemshopwatch hier auf gildnews.de. Mein Name ist Vanitas und ich werde euch heute zeigen, was für neue Gegenstände ihr im Edelsteinshop erwerben könnt. Der hat mir zum einen, neuem Edelsteinshop, das einfache Holzverkommen-Paket. Daran enthalten sind, ähnlich wie ihr schon das von den Erzknoten kennt oder von den Quarzkristallknoten. Wenn ihr dieses Item benutzt, bekommt ihr drei Bäume in eurer Heimatinstanz gepflanzt und diese könnt ihr dann täglich abbauen für Holz und zwar für grünes Holz, geschmeidiges Holz und abgelagertes Holz. So, wir kaufen uns das Ding mal schnell. Abschließen. So, dann kann man auch schon die Brieftaube. So, wo haben wir es? Hier. So, jetzt müsste ich eigentlich in meiner Heimatinstanz diese drei Bäume haben. Müssen wir mal schauen, wo sie sind. So, ihr seht ja, hier sind so die Quarzvorkommens, Candy-Korn und passt. Also bei mir hier im kleinen Park, ist natürlich dann von Rasse zu Rasse unterschiedlich, habe ich jetzt meine Bäume, die ich schön abholzen kann jeden Tag. Ja. Also so Berufe hat wie Weidemann, Waffenschmiede, der Konstrukteur. Dem ist das denke ich mal eine gute Investition. Weil, kann er dann einfach gechillt, in deiner Heimatinstanz ist ein paar Bäume fällen. Joa. Das war es auch schon wieder. Mehr gibt es diese Woche nicht im Wildestand-Shop. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video.